Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute gemeinsam Yoga machen. Heute Dehnen für Unbewegliche Teil 4, das heißt es gibt bereits drei Videos zuvor, in denen wir gemeinsam dehnen. Das Ziel von dieser Reihe ist, dass wirklich jeder diese Einheiten machen kann, dass du ohne Probleme alle Übungen durchführen kannst und sie so Teil deiner Routine werden. Also hoffentlich machst du diese Videos regelmäßig, um wirklich auch Verbesserungen zu spüren. Ich denke, Dehnen ist wirklich ein wichtiger Teil, der zum Wohlbefinden beiträgt, körperlich, aber auch geistig. Das soll einfach ein bisschen Zeit für dich sein, um abzuschalten, um loszulassen vom Stress, vom Alltag und deinen Muskeln und deiner Wirbelsäule, deinen Hüften, also den zwei Bereichen auf jeden Fall was Gutes zu tun. Super! Bevor wir starten, wäre es wie immer eine riesengroße Unterstützung, wenn du dieses Video liken könntest und falls du den Channel noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt höchste Zeit. Das hilft mir wirklich, dass dieser Kanal weiterhin wächst und ermöglicht mir weiterhin Videos auf YouTube kostenlos zur Verfügung zu stellen. Also an dieser Stelle schon ein riesengroßes Dankeschön. Du brauchst für dieses Video heute nichts, außer deine Yogamatte. Wenn du keine Yogamatte hast, dann überhaupt kein Problem, dann mach es einfach ohne. Schnapp da gemütliche Klamotten und wann immer du bereit bist, geht's los. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir starten heute in einem Schneidersitz. Sollte diese Sitzposition für dich nicht angenehm sein und es schaut vielleicht so aus, weil die Hüften nur ein bisschen zu sind und der Rücken wird ganz rund, dann solltest du eine andere Sitzposition wählen, zum Beispiel den Fersensitz, wo du einfach aufrecht sitzen kannst. Oder du schnappst dir einen Yoga-Block, falls du sowas zu Hause hast, oder ein dickes Buch und dann setzt du die da drauf, dann fällt es dir leichter, das Becken nach vorne zu kippen. Wenn die Hüften noch ein bisschen zu sind und es schaut so aus, aber der Rücken ist gerade, dann ist das überhaupt kein Problem. Um die Hüften kümmern wir uns ja jetzt in diesem Video. Also setz dich mal aufrecht hin, leg die Hände gerne auf den Oberschenkeln ab, besser wie da vorne, weil dann haben wir mehr Platz zum Atmen. Und dann starten wir diese Einheit heute wieder mit fünf tiefen Atemzügen. Wenn es für dich angenehm ist, dann schließ deine Augen und versuch die Atemzüge zu zählen. Das heißt, einatmen und durch die Nase oder durch den Mund ausatmen ist eins. Wieder tief durch die Nase ein, bis in den Bauch, rauf zur Brust, zu den Schultern und vollständig ausatmen. Zwei. Noch drei Atemzüge in deinem Tempo. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Verschränk die Finger ineinander, wegreißen da kurz mit den Handgelenken, um die Handgelenke zu lockern. Und ich hoffe, du merkst, dass fünf Atemzüge schon ganz viel verändern können. Also wenn du mal gestresst bist und stressigen Tag hast, dir über was ärgerst oder in einer Streiterei bist und du willst nichts Blödes sagen, was du vielleicht danach bereust, dann nimm fünf tiefe Atemzüge. Das beruhigt das Nervensystem und man kann wieder klarer denken und bleibt Herr der Lage oder Frau der Lage, muss man ja jetzt gendern. Gut, ausschütteln und dann verschränkt man die Finger wieder, drehen die Handflächen weg von uns. Mit der Einatmung streckt die Arme mal weit nach oben, so weit wie es geht, dass der Bizeps hinter die Ohren geht. Und mit der Ausatmung macht den Rücken ganz rund und drückt die Hände nach vorne. Ich zeige das auch gerne von der Seite, mit der Einatmung wieder Arme hoch, die Brust heben, super Übung für die Wirbelsäule und um den Brustbereich zu öffnen. Mit der Ausatmung macht den Rücken wieder ganz rund und streckt die Arme nach vorne. Wieder einatmen, Arme hoch, vielleicht sogar leichte Rückbeuge, das Becken kippen, die Arme nach hinten ziehen, ausatmen, runder Rücken. Machen wir noch zweimal, einatmen, ausatmen, einatmen, also wir gehen da von der Lordose in die Kyphose, man nennt das so die Bewegungen vom Rücken und dann wieder auslockern. Also die Wirbelsäule hat natürliche Kurven und diese dehnen bzw. lockern wir somit aus. Als nächstes machen wir eine Drehung, dafür die rechte Hand aufs linke Knie, linke Hand hinter den Rücken, einatmen, finde Länge, zieh den Bauch ein bisschen ein und dann drehen wir jetzt. Aber nicht so, sondern den ganzen Körper. Bauch drehen, Brust drehen, Schultern und der Blick über die Schulter. Einatmen, finde Länge, ausatmen, weiter drehen und noch einmal einatmen, Länge, ausatmen, weiter drehen. Einatmen, einatmen, Blick vor, ausatmen, Oberkörper drehen. Diese Drehbewegungen lösen Verspannungen im unteren Rücken, deswegen auch auf die andere Seite natürlich einatmen, finde Länge, ausatmen, Drehung, Bauch, Brust, Schultern, Blick über die Schulter. Einatmen, mehr Länge, ausatmen, weiter drehen und noch einmal einatmen, Länge, ausatmen, drehen. Sehr gut, der Blick vor, mit der Ausatmung, Oberkörper nach vorne drehen. Gut, von da gehen wir vor auf alle Vierer. Die Finger sind gespreizt, damit sich das Gewicht gleichmäßig auf den Händen verteilt. Arme schulterbreit, Beine hüftbreit und dann bring mal den rechten Arm so weit wie es geht nach oben mit der Einatmung. Gerne der Blick auch nach oben, mit der Ausatmung fädel den Arm da durch. Lass den Arm aber in der Luft. Einatmen, wieder zur Seite, nach oben, wir drehen da komplett den Oberkörper auf, mit der Ausatmung der rechten Arm wieder unten durch. Ein letztes Mal, einatmen, der rechte Arm zur Seite, mit der Ausatmung der Arm unten durch und dann bleiben wir kurz so. Leg die rechte Schulter ab, vielleicht sogar die rechte Schläfe, also die Seite vom Kopf und wenn du willst, kannst du mit der linken Hand weiter nach vorne wandern und die linke Schulter noch ein bisschen mehr nach hinten, beziehungsweise nach links drehen. Dann noch ein Atemzug und dann komm zurück in diesen, man sagt Vierfüßler, also in diese Ausgangsposition, schau, dass die Handgelenke immer unter der Schulter platziert sind, die Beine hüftbreit und dasselbe auf die linke Seite. Einatmen, linker Arm hoch, ausatmen, da durchfädeln, Arm bleibt in der Luft, so ein bisschen was für die Kraft auch, einatmen, wieder hoch, ausatmen, durchfädeln, Arm ganz durchstrecken. Letztes Mal, öffne dich, mit der Ausatmung wieder nach unten und ablegen. Linke Schulter ablegen, Schläfe ablegen, rechte Hand wandert nach vorne und die Schulter da leicht nach hinten ziehen. Grad zwei, drei Atemzüge, so. Immer versuchen tief zu atmen, durch die Nase, bis in den Bauch. Und dann komm langsam wieder hoch in die neutrale Position. Wir wandern jetzt mit den Händen ein bisschen weiter vor, stell die Zehen auf und dann gehen wir den ersten herabschauenden Hund. Die Knie können wir da gern gebeugt lassen, Ziel muss nicht sein, die Fersen auf die Matte zu drücken. Und gerade im ersten herabschauenden Hund ist es immer fein, wenn man sich da ein bisschen bewegt. Also abwechselnd die Knie auf die Matte, mal links, mal rechts, so nicht auf die Matte, sondern Richtung Matte und die Fersen abwechselnd nach unten drücken. Die Hüften ein bisschen bewegen, nach links, nach rechts. Dann dehnt es so schön die Seite im Oberkörper. Die Hamstrings natürlich durch diese Dehnung der Beine. Aber vielmehr geht es uns da um die Länge im Rücken. Also beug mal beide Knie, schieb den Hintern fest nach hinten hoch und lass die Arme dabei ganz durchgestreckt. Und dann wird der Rücken schön lang, die Schulterblätter öffnen sich. Sehr gut. Und dann bringe ich hier mal die Füße zusammen. Mit der Einatmung geht das rechte Bein weit in die Luft, trotzdem die linke Ferse in die Matte drücken. Auch wenn es jetzt ein bisschen zieht und zwickt, so ist es beim Dehnen, so ist es beim Yoga. Nur wenn wir da ein bisschen in dieses Gefühl rein dehnen, verbessert sich die Flexibilität. Mit der Ausatmung steig zur rechten Seite deiner Matte vor mit dem rechten Fuß. Wenn es jetzt nicht klappt, dehnen für Unbeweglichkeit, also ich gehe davon aus, dass es nicht klappt, dann schnapp einfach deinen Bein und stell es nach vorne, egal wie, Hauptsache das Bein landet da vorne. Okay? Super. Linke Hand geht unter die linke Schulter. Wenn es in der Hand wehtut, im Handgelenk, kannst du ja immer die Faust verwenden und die abstützen. Und dann stell links die Zehen auf und heb das Knie in die Luft. Bring jetzt die rechte Hand auch auf die Matte und schieb das linke Bein fest nach hinten. Also die Ferse zieht nach hinten, aber das rechte Knie bleibt vorne. Und dann spüren wir das in der Hüfte. Wenn es dir zu viel wird, kannst du jederzeit das linke Knie ablegen, da vielleicht die Matte rollen, falls es da im Knie wehtut, oder Decke drunter legen. Aber man soll schon ein bisschen was spüren. Wenn du mehr spüren willst, dann stell den rechten Fuß ein bisschen mehr auf die Außenkante. Dann geht das rechte Knie zur Seite. Und wenn du noch mehr spüren willst, dann ist es nicht mehr dehnen für Unbewegliche, sondern dehnen für leicht Fortgeschrittene. Dann bringen wir die Unterarme auf die Matte. Dann wird es noch intensiver. Für mich reicht heute völlig diese Ausgangsposition. Man muss ja niemandem was beweisen. Also nimm auch du nur das, was dich richtig anfühlt. Und dann öffnen wir da schön die Hüfte. Lass dein Gesicht entspannt. Es wird nicht besser, wenn du eine Kremasse ziehst. Es wird dadurch nicht leichter. Und dann bleiben wir noch für fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. Jetzt steig nach hinten in deine Liegestützausgangsposition. Bring die Knie auf die Matte und verlagere das Gewicht nach vorne. Ellbogen bleiben bei dir. Und dann gehen wir ganz langsam Richtung Matte. Aber nicht die Hüfte auf die Matte abliegen, sondern als erstes die Brust. Das heißt, gerader Rücken und langsam nach unten. Dann arbeiten wir ein bisschen an unserer Kraft in den Armen, im Trizeps. Sommerfigur. Die Zehen auf die Matte drücken. Fest nach unten, sodass sich die Oberschenkel anspannen. Die Hände heben wir jetzt mal in die Luft. Und tun auch was für unseren Rücken. Nicht nur dehnen, sondern auch Kraft ist wichtig. Muskeln, um unsere Haltung zu verbessern. Also gegen Rückenschmerzen. Die Brust so weit wie es geht nach oben heben. Mit der Ausatmung wieder Richtung Matte, aber ohne ablegen. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, Richtung Matte. Das machen wir gerade noch dreimal. Einatmen, hoch. Ausatmen, Richtung Matte. So weit wie es geht nach oben. Und ablegen. Nicht ablegen, aber Richtung Matte. Einatmen, hoch. Und oben halten. Letztes Mal hier für fünf. Vier. Bisschen höher noch. Drei. Jawohl. Zwei. Eins. Hände neben die Brust. Drück dich nach hinten in die Charles-Pose. Dann nochmal mit den Händen so weit wie es geht nach vorne wandern. Und dann stell die Zehen wieder auf. Und komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Auch hier gern die Knie einfach gebeugt lassen. Schieb den Hintern nach hinten hoch. Der Blick geht nach hinten für einen langen Nacken. Ein letzter tiefer Atemzug hier. Vielleicht kannst du die Fersen ein bisschen mehr nach unten drücken. Aber wenn du merkst, es geht gar nicht mehr, dann einfach da halten. Mit der Einatmung geht jetzt das linke Bein hoch. Alles bleibt gleich. Die Arme bleiben durchgestreckt. Die rechte Ferse drückt nach unten. Nur das linke Bein zieht so weit wie es geht nach oben. Einatmen. Mit der Ausatmung wieder dieser kontrollierte Schritt. Oder weniger kontrollierte Schritt. Und der Griff vom Fuß nach vorne. Und dann legt das rechte Knie am Anfang gerne ab. Platziere die rechte Hand direkt unter der Schulter. Nicht zu weit bei dir. Nicht zu weit vorne. Wir wollen da immer eine gerade Linie, um die Gelenke zu schützen. Rechts die Zehen aufstellen. Knie geht in die Luft. Linke Hand platzieren. Und dann wähle deine Variante. Möglichkeit 1. Knie auf der Matte. Möglichkeit 2. Ferse nach hinten schieben. Knie bleibt vorne. Möglichkeit 3. Den linken Fuß auf die Außenkante stellen. Knie geht zur Seite. Möglichkeit 4. Auf die Unterarme. Bleib aktiv im hinteren Bein. Wir halten dann noch für 5. 4. 4. 2. 1. Und von da steigen. Langsam wieder nach hinten. Und dann legt die Knie auf der Matte ab. Und setzt die Hände auf die Fersen drauf. Sehr gut. Verschränkt die Finger hinter dem Rücken. Räum mal die Schultern hoch nach hinten und öffne die Brust. So dann statt nach hinten zu ziehen, so nach unten. Zieh fest nach hinten, um die Brust zu öffnen. Super Übung auch für die Schultern. Dann nochmal tief einatmen. Beim Ausatmen langsam wieder lösen und alles auslocken. Gut. Dann schwing die Beine nach vorne. Wir stellen die Füße auf am Beginn der Matte. Hüftbreit voneinander entfernt. Greif die Ellbogen unterhalb deiner Oberschenkel. Und lehn dich fest nach hinten. So dass der Rücken komplett rund wird. Das öffnet dann nochmal den oberen Rücken. Also die Schulterblätter. Und der Rücken darf da wirklich komplett rund werden. Letztes Mal tief einatmen. Mit der Ausatmung langsam die Hände lösen und rollen nach hinten. Kurz die Bauchmuckis aktivieren. Und dann legen wir uns auf der Matte ab. Sehr gut. Zum Abschluss lagern wir die Beine hoch, damit das Blut von den Füßen in den Oberkörper rinnt und unser Gesicht entspannt. Zusätzlich stretchen wir dabei die Hamstrings. Und zwar linkes Bein, lass mal gebeugt und das rechte Bein kommt zu dir. Wenn du jetzt ein Handtuch oder einen Yoga-Gurt dabei hättest, dann könntest du den verwenden. Aber wir brauchen den nicht. Ich habe am Anfang gesagt, wir brauchen keine Hilfsmittel. Deswegen greif entweder den großen Zeh und wenn sich das nicht ausgeht, einfach hinter die Warnmuskulatur greifen oder hinter den Oberschenkel. Gerne die Finger verschränken und dann zieh das rechte Bein näher zu dir. Versuch das Bein, das in der Luft ist, so gut wie es geht, durchzustrecken und den rechten Fuß in dem Fall fest zu dir anzuspannen. Also die Zehen schauen dann nach unten. Das spannt noch mehr die Muskeln an im Wadl. Und wenn du mehr spüren willst, dann versuch langsam das linke Bein ein bisschen mehr durchzustrecken. Also der linke Fuß wandert weg von dir. Und dann könntest du vielleicht sogar beide Beine durchstrecken. Musst du aber nicht. Beim Yoga, beim Dehnen, eigentlich bei allem im Leben ist es ein Prozess. Umso öfter du etwas machst, umso leichter wird es, umso besser wirst du da drin. Und umso mehr Spaß hat man dann dran. Also wenn das dein allererstes Video ist und es ist vielleicht nicht das Spaßigste, was du dir vorstellen kannst, Dehnen, dann hoffe ich trotzdem, dass es mit mir halbwegs spaßig ist und nicht so schlimm. Und du wirst sehen, umso öfter du es machst, umso leichter wird es. Geduldig bleiben, auch Erfolg ist nicht ein großer Schritt, sondern viele kleine. Und versuch den Druck noch etwas zu erhöhen. Vielleicht die Position verändern von deinen Händen, um den Druck noch zu erhöhen, das Bein näher zu dir zu bringen. Und dann halten wir da noch für fünf. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Langsam wieder lösen. Gerne das rechte Bein kurz ausschütteln. Und dann die andere Seite. So, am Anfang haben wir den Fuß aufgeschüttet gehabt. Das rechte Bein ist gebeugt. Das linke Bein kommt zu dir. Da wieder die Hände platzieren. Wadl, Oberschenkel oder vielleicht sogar den Zehen schnappen. Du könntest da eben jetzt was herumspannen. Macht es vielleicht ein bisschen leichter. Aber geht auch so. Und wenn du merkst, der Muskel wird lockerer, weil du ein bisschen länger haltest, dann fang langsam an, den rechten Fuß etwas weg zu bewegen. Nur so weit, wie das linke Bein trotzdem durchgestreckt bleiben kann. Also wenn du merkst, das Knie fangt an zu beugen, dann bleib, wo du bist. Entspann dann nochmal ganz bewusst dein Gesicht. Kiefer, Stirn, alles ist locker. Alles ist entspannt. Wenn das Bein ein bisschen zittert, dann ist es auch ein gutes Zeichen. Dann tut sich was bei uns. Auch ich zittere ein bisschen. Ich kann dir auch öfter dehnen, meine Oberschenkel. Gut, dann halten wir noch für fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Langsam wieder lösen. Die Füße aufstellen. Die Knie einfach ein bisschen nach links und rechts bewegen. Alles ausschütteln, auslockern. Normalerweise beim Yoga würden wir jetzt noch ein Shavasana machen. Also du öffnest die Füße zu den Ecken der Matte. Die Arme seitlich mit den Handflächen nach oben. Falls du dir da jetzt nicht mehr die Zeit nehmen möchtest, was aber sehr wichtig wäre, dann komm mit mir in den Schneidersitz. Und dann beenden wir die Stunde so. Ansonsten drück Pause, leg die nur für fünf Minuten hin und genieße es. Oder wir verabschieden uns im Schneidersitz. Dafür nochmal ein gerader Rücken. Schließ die Augen. Und dann spür nochmal ganz kurz, wie sich der Körper jetzt anfühlt. So durchgestretcht für die Wirbelsäule, für die Hüften, für die Schultern, für die Beine. Also es war wirklich alles dabei. Und dann nimm dieses Gefühl der Ruhe, der Gelassenheit, der Leichtigkeit mit in den Rest deines Tages. Mit in den Rest der Woche. Wir atmen gemeinsam nochmal ganz tief ein. Und vollständig durch den Mund aus. Und dann öffne langsam deine Augen. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir Yoga gemacht hast. Danke dir selber, dass du dir die Zeit nimmst, um zu dehnen, um dir selber was Gutes zu tun. Wenn dir diese Videos gefallen, dann bitte unbedingt den Like-Button drücken, den Kanal abonnieren. Und vielleicht empfiehlst du dieses Video auch an zwei, drei unbewegliche Freunde, die unbedingt mit dem Yoga starten sollten und denen vielleicht meine Videos auch gefallen könnten. Ich hoffe, dass wir uns mal persönlich kennenlernen bei einem meiner Yoga-Retreats, Workshops oder Yoga-Teacher-Trainings. Da gibt es die ganzen Infos auf meiner Webseite. Und auch da kann wirklich jeder mitmachen. Auch wenn du noch ein steifer Hund bist, also noch sehr unbeweglich, komm einfach vorbei und ich freue mich darauf, dir Tipps zu geben. Wenn du das mit dem Yoga ein bisschen ernster nehmen willst, regelmäßig Yoga machen möchtest, längere Videos suchst, also ganze Einheiten für 60 Minuten, 75, 90 Minuten Workshops, dann werde Teil von meiner Patreon-Community für einen monatlichen Beitrag von 9,90 Euro. Kannst du somit mich unterstützen, mein YouTube-Projekt, meine Ausgaben für diesen Channel und auch für Patreon. Es gibt Live-Yoga-Stunden, wo wir uns kennenlernen, wo du mir Fragen stellen kannst. Es gibt viele Workshops, verschiedene Yoga-Stile. Also ein cooles Programm, schaust dir gerne an, ich platziere den Link auch hier unter dem Video. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, auf Dehnen für Unbewegliche Teil 5, wird es sicherlich geben. Ansonsten schau dir einfach Teil 1, 2 oder 3 an, mach deine eigene Routine draus und nimm dir wirklich Zeit für dich. Man hat nur einen Körper und auf den müssen wir schauen. Also nimm dir die Zeit, pass auf die auf und wir sehen uns bald mal wieder hier auf der Yoga-Matte. Alles Liebe und Namaste.